Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Far Cry 4, mein lieben Freunde. Tal der Yetis DLC. Und ja, ich will jetzt hier mal die Mission annehmen. Und zwar ist das wieder eine Bergsteigen-Mission. Und da werden wir unseren... Ja gut, das ist jetzt nicht so das Problem, oder? Können wir rüberfliegen, oder nicht? Ja, okay. Und das ist das, was ich für uns meinte. Hier müssen wir bestimmt nochmal hoch und müssen... Hier ging es hoch. Und dann mit dem Wingsuit darüber. Kein Ding wird gemacht, Alter. Okay, wir hätten E.ON den... ...weil ich auch öffnen zu wollen. Ja. Geht aber mal. So, wir müssen mal hier rüberfliegen. Zack. Dann geht es hier hoch. Und... Ja, ich glaube der Trick dabei ist... ...da gleich den Fallschirm rauszuholen. Ja. Und dann mit der Seilbahn runterrutschen. Und... Und den Katern holen. Äh, die Kiste holen, würde ich sagen. Höh, 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 höh. Tür langlaugen. Wegen... Ja, ich hab's mal geahnt. Okay, nicht einfach hochklettern. Nein. Das geht ja nicht. Dann müssen wir nochmal runter. Und da liegt noch eine Waffe. Und dann geht es wieder hoch. So. Dann nochmal. Findet Berge den Granatwerfer. Mitgeben auch, du Pfeifee. Und da ist die Sau. Ja, Granatwerfer. Hm. So, Fertigkeiten haben wir wieder. Die sind für mich sowas von uninteressant, ehrlich gesagt. Gerade hier. Ich bin klar, das sind sie schön und... und gut und... und toll. Hm... Ist das jetzt wieder so ein Truck? Ja. Ich glaube, da werden wir auch hinmachen. Können wir uns auch gar nicht großartig hier weiter aufhalten. Lalalala. Da ist ein Baum. Krass, wie wir doch genau hier gelandet sind. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, da unten ist jetzt wieder Sinn. Was hat er denn Angst? Er wäre freigeschalten. 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 Und so schnell ist er wieder weg. So schnell ist das wiederum frei. Das haben wir freigeschalten. Und hier haben wir, glaube ich, auch was freigeschalten. Dankeschön. So, da würde ich sagen, rennen wir hier hoch. Lass uns mal wieder nach unten gleiten. Wo? Wo? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Ja, aber wenn ich so schnell alles. Weg da. Ach da. Da muss ich dann immer ein bisschen Weiträume gucken bei der Waffe. Das ist Wahnsinn. Genau, das wollte ich eigentlich. Ja super, wie kommt man da jetzt wieder hoch? Ach so. So. Da wären wir auch schon wieder bei der Mission. Da muss ich mal hier was hin, ne? Die Kiste noch. Okay, die Jünger und Beladen. Die Distillide, Drog, Elixir, Dada, Dada, Dada. So, müssen wir denn hin. Komm. Show me the way. Show me the way. Psst. Mach dir mal den Adler keine Sorgen. Das ist doch jemand. Da oben. Da oben. Hallo? Ich habe ein Definitiv. Das war eine schwere Pause auf die Stecker. Amo? Alter. Komm schon. Okay, mit dem Ding zu treffen ist doch etwas heftig. Boah, Kopfschuss mit dem Bolzengerät, alter. Das möchte einfach keiner sehen und keiner abbekommen. Festgenagelt. Ja, festgenagelt, festgenagelt. Nanananana. So. Hier riecht doch irgendwo eine Waffe. Aber hier ist auch noch irgendwo. Genau. Da oben. Hm? Du bist da, oder? Ach ja. Na, komm. So. Ja, wieder was zu lesen. Kamelchs wissenschaftliches Tagebuch. Die Substanz ist definitiv organischen Ursprungs. Sie wurde nicht verarbeitet oder chemisch aufbereitet. Aber es scheint es, als könnte man diese destillieren und sie stärker und vielleicht reiner zu machen. Um, um, naja, um sie vielleicht. Naja, du wirst schon. Oh, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich dachte, ich hab's ja alle. Wie meckern sie denn? Ach, da hinten. Nur eins. Oh. Oh, ich hab's ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Ich hab's ja. Den hab ich wo uns hier oben. Oh, hab ich. So. Dann fahren wir mal nach Hause. Richtung Heimat. Oh, ist das eine nette Strecke hier. Hm. Ich hab nicht nach vorne gedrückt. Boah, ist das kompliziert mit diesem Stick, ey. Nein. Nein. Ach komm, scheiß drauf. Boah. 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 Na. Floor. Okay, meine Freunde. Das war der Weg nach Hause. Bist du da? Dann musst du unbedingt mit mir reden, der Sack. Neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe, neue Waffe. Und so schnell ist unsere Beute-Dings leer. So, wir haben freigeschalten. Was haben wir denn freigeschalten? Hier. Ne. Also, ich weiß nicht. Ich schalte doch hier ständig irgendwas frei. Granatwerfer. Ach, das hat sie von alleine schon. Joa. Ja, nochmal auffüllen. Die haben wir freigeschalten. Ja, 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 ja. Und da haben wir die freigeschalten. Ja, ja, ja. Jetzt hat man sich ja ganz gut bedient mit. Dann haben wir hier wieder ein paar Fähigkeiten. Fokus-Spritze, Überdosis-Spritze. So. Ja. Gut, liebe Leute, dann... Würde ich an dieser Stelle sagen, dass wir heute mal einen kürzeren Park machen. Wir können es ja doch mal kurz umgucken hier. Und zwar hier haben wir... Und zwar hier haben wir... Durch Minen und sowas abge... Also hier haben wir eigentlich überall Schutz. Und die Basis ist gar nicht so groß. Außer der einzige... Die einzige Scheiße... An dem Ganzen ist... Die Seite. Obwohl, die ist jetzt auch... Die ist auch jetzt abgesichert. Hier der Bär. Hm. Ja, wie gesagt... Hm. Haben wir noch die zwei Dinger. Dann nochmal vier Relikt-Missionen und vier Nächte zu... Äh, drei Nächte zu überleben. Und dann haben wir dieses DLC auch schon geschafft. Das dürften wir dann mit der nächsten Session schaffen. Weil ich muss jetzt leider erst mal aufhören. Und... Würde ich sagen... Ja, wie gesagt... Machen wir heute mal eine kürzere Session. Zwei Minuten kürzer. Mein Gott, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ist kein Verbrechen. Und, äh... Geht ja bald weiter. All die Fresse. Geht ja bald weiter. Und dann würde ich sagen... So bin ich erst mal raus. Und... Tschüss.